Aktuell breitet sich das Coronavirus rasant aus. Aber wir können die Ausbreitung eindämmen mit einer klaren Maßnahme. Den direkten Kontakt zwischen Menschen vermeiden. Und das muss jeder Einzelne tun und das ist der Grund, warum wir zu Hause bleiben sollten. Denn nur so können wir die Kette der Infektion unterbrechen. Ich weiß, das ist nicht einfach, aber es gibt auch Chancen, denn man hat ja eigentlich Zeit. Zeit für all die Dinge, die normalerweise nicht erledigt werden. Den Frühjahrsputz, den Kindern was vorlesen oder zum Beispiel in der Werkstatt irgendwie basteln. Also es gibt Riesenchancen. Wir bleiben zu Hause. Ranga, du wolltest doch die Spülmaschine ausrollen.